Tada! Manche sind leicht in der Pflege, manche kosten Kraft. Manche mögen dein Gehege, manche brauchen Platz. Ich hab sie alle studiert im Dienst der Wissenschaft. Ich such das eine Tier, das zu mir passt. Komm, wir gehen auf Safari. Hast du sowas schon öfter gemacht? Im Auto fand ich eigentlich eine ganz lustige Idee. Da wird mir gleich ganz heiß. Wir stellen uns an die Bahn. Schlagt mich. Ah ja. Das ist ja kein Fremdgehen im klassischen Sinn. Sorry, aber du, das hab ich irgendwie gerade hinter mir, ja? Die Beziehung? Nee, das Stillen. Bitte gib deine sexuellen Präferenzen an. 69 kenn ich, aber 71? 69 plus je ein Finger im Po. Aha.